Auch hier wieder ein ganz schlechter Ball in der Offensive. Jetzt war es angezeigt, glaube ich, kurz. Vier Minuten Nachspielzeit, die läuft aber schon. Hofer, Hofer, Jimmy Hofer. Linz. Wollert Linz. Und jetzt ist er dran. In der 91. Minute und der Jubel wie bei einem WM-Finale. Das ist verdient, aber nehmen wir das so, wie es ist, sind wir sehr, sehr dankbar in der 91. Minute und aus. Da hat die kasachische Abwehr gar nicht gut ausgesehen. Alles egal. 91. Minute, 1 zu 0. Roland, Linz, schauen Sie, was da los war. Hofer kommt zu Fall, spitzelt. Nein, spitzelt gar nicht. Das ist ein Kasache, der den Ball auflegt. Da ist Linz durch die Beine des Gegenspielers. Die Sicht von Sidelnikow verstellt. Hier nochmal. Papow legt auf für Linz. Der macht einen guten Haken. Dann durch die Beine des Verteidigers. Vorbei an Sidelnikow. Oh, das gibt heute keine Nadeln für große Verdienste. Alles egal. Alles egal. Jetzt steht das 1 zu 0. Und jetzt ist es uns auch egal, wenn es bald aus ist. Was ist das für ein Zitterspiel jetzt hier geworden? Und vielleicht wird jetzt noch mehr Platz. Linz. Vielleicht kann man jetzt noch eins drauflegen. Linz. Warum denn erst jetzt? Warum quält ihr uns so lange? Innerhalb von nicht einmal 90 Sekunden, nicht einmal 2 Minuten. 2 zu 0 für Österreich. Aber bis zur 91. Minute haben wir warten müssen. Schauen Sie, wie schnell das geht. Dann der Pass auf Jimmy Hofer. Der startet alle Raketen, die er heute reinstecken hat. Und macht alles richtig. Sidelnikow. Hat er nicht gut ausgesehen. Wäre er gleich losgestartet, hätte er den Ball vielleicht vor Hofer haben können. Er hat angesetzt. Hat aber dann wieder gestoppt. Und dann war seine Chance vorbei. Toller Pass auf Jimmy Hofer. Uh, der spannt ein. Und der steht 2 zu 0. Nach 92 Minuten. Und jetzt ist alles wieder gut. Und so geht es auch. Der ganz hohen Politik bei diesem Spiel. Aber das bringt die Dramaturgie dieser Partie mit sich. Und ich sag's lieber.